ahoi spieler zocker und brechspiel freaks und willkommen an bord bei spieletreffe nord heute ein let's play für drei spieler und zwar mayabe der japanische garten wir haben heute wieder unterstützung bekommen von einem sehr guten freund der uns eben hier zur seite steht und uns sagt wie man gärten richtig pflanzt bei mayabe ein kurzer überriss wir versuchen hier auf unseren bauplänen einen der schönsten japanischen gärten der welt zu konstruieren wir werden im laufe des spiels hier diese tetris artigen steine aufdecken und dann dementsprechend einbauen wie das genau funktioniert erklären wir euch dann wenn es soweit ist wir haben hier unsere sechs laternen die sind eben auch dafür da falls oder nicht nur falls sondern wenn wir was einbauen anzuzeigen in welcher spalte wir in dieser runde nichts mehr bauen dürfen über wie viel runden geht es geht über fünf runden bei drei spielern bei zwei würde es über sechs gehen und wie erfahren wir welche teile wir einbauen das sehen wir hier über diese einbau karte die gibt uns eben vor welche teile wir bei drei spielern bei zwei spielern bei vier spielern ziehen der markierungsring für die erste runde ich will einmal sagen milly willst du start spieler werden als jüngster jetzt haben wir mal für diese erste spielerunde unsere gartenblättchen die wir einbauen können du suchst dir jetzt ein teil aus dass du willst wichtig zu beachten ist ihr bekommt punkte nach der ebene nach den abgedruckten objekten die drauf sind und zum spielende wird noch einmal geschaut für jede zeile wer hat die meisten objekte ok also ich nehme mal das und brauche es hier ein so die milly hat es jetzt hier oben eingebaut und stellt jetzt die laterne drauf das zeigt jetzt an in dieser spalte darf die milly in dieser runde nichts mehr einbauen so dann spielen wir es heute mal gegen den uhrzeigersinn martin du bist an der reihe dasselbe nein du nimmst dir von denen die hier auslegen von denen die sind jetzt für uns alle zuständig also für uns alle ist dieser pool verfügbar das heißt wir sehen wir haben sehr viele pagoden der zweier spalte schon ist die frage wie viele von denen dann noch irgendwo in der gegend um und umliegen so dann kannst du auch hier greifen genau was hättest du gerne den hier er nimmt ich den dreier teil sehr gut ah ja apropos du hast zwei punkte bekommen weil zwei objekte in der ebene 1 du bist gelb hast du zwei punkte martin hat drei objekte in ebene 1 bekommt somit drei siegpunkte so was nehme ich mir beim einbauen ist es so wir können es überall hin einbauen ich baue es einmal hier ein markierst da meine spalte hier hinten bekomme ebenfalls drei siegpunkte du bist wieder an der reihe das heißt ich nehme mir dieses hier und lege es so hin weil das lehre darf ja das lehre darf liegen genau kriegst wieder zwei siegpunkte also du bist gelb martin sehr gut bekommt wieder drei so ja passt da 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 dann nehme ich schmier ich nehme ich mir was hier was hier ein wieder 30 punkte ich stelle jetzt meine meinen laternenschirm hierher ja dann werde ich einmal so eins nehmen und es hier einbauen ich weiß nicht wie weit ich komme drei 30 punkte 1 2 3 was sehe ich die drei punkte du hast hier 1 2 3 also 1 2 3 genau weil wenn du siehst auf die 1er es ist immer so nach den nach den objekten das ist ein dreier teil also sind drei objekte drauf die 1er teile wie du siehst haben fast immer nur ein nehmt er sich als fischerler du könntest du das zum beispiel nehmen wenn du willst hier einbauen dann würdest du zwei siegpunkte bekommen wenn du willst genau das darfst du zwei weil das interessante ist schon die zweite ebene bauen du darfst bauen ja du darfst alles bauen manchmal ist es ja kannst du auch gar nicht anders weil je nachdem wie die laternen liegen weil du siehst es werden immer mehr und es kommt ja auch nach unseren blättchen die wir hier liegen haben wie kämen die am besten einbauen okay dann lege ich das hier her hier drauf 1 2 3 das ist jetzt am anfang haben wir noch relativ viel platz aber natürlich wenn wir nachher dann in die höhe bauen es darf darunter kein leeres feld sein das heißt wir dürfen auch nicht über den rand hinaus sondern es muss drunter immer eine fixe ebene sein das ist hier jetzt zum beispiel ein dreier um die ecken kann ich könnte ich nicht legen weil hier ein leeres feld ist das heißt da muss ich voll gefüllte feld dürfen überbaut werden und da kann es aber passieren dass ich nachher irgendwann einmal etwas überbaut ich bin dran du bist dran ich nehme mir dann noch so eins und mache das hierher du bekommst zwei Siegpunkte Spannend ich nehme jetzt diesen einsatzster ein, lege ihn hier her, fülle da die Laterne drauf und kriege einen heißen Siegpunkt. Ah, okay, gut zu wissen. Was? Gut zu wissen, dass man das dann auch so macht. Was meinst du? Eine Taktik. Du hast dir das freie Feld liegen gelassen. Sehr gut, sehr gut. Dann könnte ich das jetzt drüberlegen. Könnte ich jetzt eigentlich drüberlegen. Aber halt erst in einer nächsten Runde, weil da siehst du, kann ich ja nichts mehr bauen. Witzig, witzig. Gut. Weil es toll ist, nehme ich mir das letzte noch von den zwei. Okay. Geht es daher. Du kriegst keinen Siegpunkt. Oh ja, wie viel hast du denn? Zwei. Zwei. Schurke. Er kriegt einen Siegpunkt. Um relativ safe zu sein, nehme ich mir das. Nix da her. Ich krieg zwei. Bleibt mir definitiv eins von denen über. Ja, gut. Dann lege ich das her. Eigentlich ja. Was willst du? Den oder den? Ich suche das aus. Das heißt, ich bin da, oder? Du bist da. Ja, ich nehme ja den da. Du nimmst ja den da. Okay, dann nehme ich mir den einzigen. Das heißt, mir bleibt eigentlich es über, dass ich den jetzt da herlege. Genau. So, und ich nehme mir den einzigen, den ich habe, und lege ihn hier her. Und somit ist das eigentlich die erste Runde. Das war jetzt die erste Runde. Würdest du sagen, dass wir den weitergeben, oder willst du? Passt schon. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht geschaut in der Anleitung, aber gehen wir es einfach weiter. So, das heißt, wir nehmen alle unsere Laternchen wieder runter für die zweite Runde. Martin, du bist Erster. Du darfst jetzt aus dieser vollen Auslage für dich das Erste. Ich streng mich ins Bild. Passt schon. Passt schon. Passt schon. So. Das heißt, jetzt grundsätzlich darf ich überbauen, wo ich es will. Jetzt darfst du wieder bauen, wo du willst. Du dürftest jetzt auch schon, zum Beispiel, wenn du wollen würdest, das überbauen. Genau. Perfekt. Das heißt, du bist noch immer Ebene 1 mit 3. 1, 2 und 3. Ich spinn dran. Was will ich? Dann machen wir das. Dann überbaue ich das hier. Ich habe jetzt da eben eine meiner unteren. Das kann ich ruhig machen. Ich kann die ruhig überbauen. Ich verliere halt vielleicht zu Spielende nur für die Mehrheitswertung ein Objekt. Ich bin jetzt in der zweiten Ebene, habe drei Objekte. Das Ganze mal 2 sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil es eben die zweite Ebene ist. Weil es die zweite Ebene ist. Und 3 plus 3 sind die sechse. Genau. Das heißt, wir wären jetzt sechster. Wir kriegen ja auch bis zur fünften Runde. Kriegen wir weiterhin Teilchen. Wenn du es schaffst, irgendwann vierte Ebene, fünfte Ebene. Wenn du da irgendwann einmal eine fünfte Ebene, einen Dreier einbaust, ist das Ganze mal fünf sind 15 Siegpunkte. Und wenn du der Erste bist, der es in die fünfte Ebene spricht, kriegst du noch den Zusatztoken. I am. Zwei Punkte. Du bist. Moment, ich brauche noch unsere Zusatztokens. Die habe ich ja noch nicht hergelegt. Mein Fauxpas. Zwei Punkte. Bitteschön. Schau, er baut sich schon ein schönes Fundament. 1, 2, 3. Er baut sich ein schönes Fundament. Haben wir das, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Das haben wir nicht. Da liegt nichts aus, was wir brauchen. Das ist bitter. Das liegt da unten aus. Dann fangen wir halt einmal an mit dem. Und das da herein. Und 1, 2, 3 Siegpunkte. Und bitteschön. Ich habe kein einziges Fisch. Ich habe kein einziges Fisch. Du hast kein einziges Fisch. Ich nehme mir ein Fisch. Du nimmst dir ein Fisch. Und zwar. Zwei Fisch ist drauf. Kriegst du zwei Siegpunkte. Bitteschön. Zwei Siegpunkte für Martin. Dann nehme ich mir das. Und lege es so an. Das sind drei mal zwei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Blödsinn. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Aber, na, das will ich nicht. Hm. Ja, das ist jetzt schon mal die Krux an der Geschichte. Will man das? 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 Will man das nicht? Will man das? Will man das? Ein Glas Cola. Ein Glas Cola. Na, bitteschön. Ein Glas für Martin. Ich baue währenddessen. So, so anstrengend, dass ich verdurcht. Ich baue währenddessen. Hierher. Ich baue. Kriege nur zwei Siegpunkte. Ich kriege nur zwei Siegpunkte. Du bist mein Schatz. Oh ja, schön zurück auf. Das ist kein Thema. I am. You are, you are, you are. I am. Da kommt die Krux in der Geschichte. Daher. Wenn man wo einbauen will, wo schon was liegt. Mhm. Weil man es nicht gesehen hat. Ja, weil man blöd ist. Ich nehme dieses hier. Okay. Und dann war das hierher. Jetzt bekommst du 1, 2, 3. Martin. Martin, 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 Martin. Also für deine Taktik würde sich das perfekt anbieten. Habe ich mir gedacht. Jetzt passt da nämlich super eine. Cool. Schauen wir mal, ob es auf geht. Naja, du baust da aber eine schöne Plattform, um nachher dann wirklich cool in die Höhe gehen zu können. Das waren jetzt 3, 7, 1, 2, 3. So. Wir haben hier das. Das legen wir halt einmal dann da her. 2. Jetzt beginnt es aber wirklich zum Interessant-Wirgen. Genau. Weil grundsätzlich zum Beispiel Strauch und Stein habe ich nicht. Genau. Jetzt ist die Frage... Das heißt, du musst eigentlich in die zweite Ebene. Genau. Anders geht es gar nicht. 2 bitte. 2 bitte. Na vor allem, wir müssen uns echt nach der Decken strecken, nach dem, was hier liegt. Das kommt noch dazu. Und da kommt die zweite Möglichkeit, wie du aus der Runde aussteigen kannst, ist mit passen, weil du nichts mehr einbauen kannst. Mhm. Oder weil du nichts mehr einbauen willst. Die Bagode hat eines drunter. Genau. Kriegst du zwei Siegpunkte. Und da machen sie aber auch eben die 1er-Blättchen dann auf einmal bemerkbar. Umso höher sie liegen, umso mehr Siegpunkte. So. Was liegt denn jetzt noch da? Da, 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 da. Da liegt nichts, was wirklich lustig ist. Also ist wurscht. Nehme ich mir halt diesen 1er. Und lege den hin. Jetzt wird wurscht. Ja, da hätten wir vielleicht früher planen sollen. Gescheiter planen. Dass die Anzahl nachher mehr Siegpunkte... Siegpunkte. Weil bei dir machen die jetzt relativ viel Siegpunkte aus. Ja, also es summiert sich da, wenn du in die Heck gehst mit den Anzern. Weil dann hat sie ein... Ja, bei der Mitte. Gut gemacht. Zwei. Ja, weil jetzt auch nicht mehr viel Möglichkeiten, ne? Genau. So kannst du jetzt entweder den oder den nehmen. Noch einmal. Zwei. Und siegst du ja, bei mir bleibt jetzt das oder das übrig. Nehmen wir es halt einmal da her. Ist ein Siegpunkt. Perfekt. Auch ein Siegpunkt. Auch ein Siegpunkt. So. Nummer drei. Und ich glaube, man sieht es jetzt eh schon gut, wie das Spiel funktioniert. Und ich glaube, es ist ein relativ schnell gespieltes Spiel, würde ich jetzt einmal sagen. Gut. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Na ja. Dann nehmen wir halt einmal das. Nehmen wir halt einmal das. Und bauen wir es. Und bauen wir es. Wo bauen wir es? Na, ein blödes. Nein. Damit es wirklich einen Sinn ergibt. Macht es da einen Sinn. Ja. Bauen wir es hier ein. Stell es da drauf. Es sind eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs Siegpunkte in Ebene 2. Ich nehme mir dann das da. Und bauen wir es hier hinein. Sehr gut. Es sind auch sechs Punkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und natürlich, weil es jetzt rasselt dann wahrscheinlich auch von den Siegpunkten her. Jawohl. Es sind vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann nehmen wir uns doch glatt. Nehmen wir uns doch glatt. da liegt ja schon wieder was mein gott bin ich denn wo können wir denn wo wollen wir denn das ist aber recht praktisch das ist auch schlecht so viel zum praktisch ja genau so viel zum praktisch überall wo ich einbauen wollen würde liegt schon was dann nehmen das lege das hierher eine strategie zu verfolgen 123 ich nehme mir das 2er und lege es hierher sehr gut sind wieder 4 1 2 3 4 die dritte ebene sehr stark nummer 3 schau der das gut gemacht die roten fast nicht mehr zum weg kann immer je nachdem wie weiter baut wo es jetzt natürlich blöd ist man bei ihm da im prinzip jetzt muss man irgendwas abdecken genau das ist halt dann die krux und wenn ihr wollt wenn du wolltest ja so dann gehen wir hier nämlich das legst du ja ist ein heißer punkt und wir decken das wo brauchst du sie sehr gut 1 2 3 die lateine draufschneiden du müsstest aber auch schon drei lateinen wie ich haben ah warte was habe ich als das ist aufgestattet ja genau alles gut alles gut 1 2 3 so wie habe ich mir das vorgestellt da kann ich natürlich wieder nicht hier stehen so aber 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 wenn ich es daher lege kann ich es nicht mehr machen wenn ich es daher lege kann ich es nicht mehr machen dann lege ich es daher ich baue das zu 1 2 3 4 2.. 2 Punkte gibt dir ob das so wird wie ich es mir vorstelle nur 2 1 2 jetzt komme ich schon in die B stolehle was baut man was baut man ein? vor allem das ist noch die vorgabe dass du genau dorthin bauen musst 3, 1, 2, 3 das ist die Kruppe an der Geschichte da fangt jetzt da jetzt hast du nicht mehr die möglichkeit dass irgendwas anders du musst dann fast schon aufhören zum überdecken legt das daher fast daher sind 4 1 2 3 4 genau und jetzt könnte es dir passieren dass du irgendwann immer mit die ansehn natürlich weißt dass du immer irgendwo noch einen ausweg ja das ist so der Notquotient wenn es gar nicht geht dass du den Ansehn irgendwo hinlegst ohne dass du was abdeckst vollkommen korrekt da hast du mir jetzt den Scheinmeck genommen warum hast du das gemacht entschuldigung ich glaube ich will ja aber ok gut nehme ich mir den und lege ihn hier hin jetzt habe ich ein hübsches nur so ja und jetzt da das wäre halt Leihung gewesen was der Veneto drüber bauen könnt kann ich aber nicht dann nehme ich mir diese eine eine mäklige Pagode stellen sie hier her für einen Siegpunkt oh oh ich glaube zwei Siegpunkte bitte zwei was mache ich jetzt ja im Grunde genommen du verlierst im Grunde genommen nichts also naja verliere ich nichts ne ist die Frage willst du es jetzt so bauen oder willst du es so bauen nein wenn ich es so baue dann nehme ich mir zwei weg nein nein du musst ja auf dem Feld bleiben das heißt du kannst du sagen was Zeit ist so Martin hat jetzt drei mal zwei sind sechs eins zwei drei vier fünf sechs und er übernimmt die Führung unsere Laternen wieder zurück wir sind schon in der vorletzten Runde du beginnst mein Schatz ich beginne oh ja danke dann nehme ich mir gleich den auf den Kopf hast du mich abgesehen dann kriege ich sechs Punkte bitte kriegst du sechs Punkte eins zwei drei vier fünf sechs Martin Martin jetzt wird es spannend ich nix da was ich wollte jetzt wird es echt super spannend es sind zwei so Martin sein erster Stein kommt auf 50 damit wir anzeigen du bist bei 50 und dann startest du wieder hier ganz normal damit bist 51 bis 100 und so rutscht dieser Stein eben hinüber ich bin gespannt ob das Motivation ist 250 zu bekommen 250 oder ob sie das dann wirklich aussehen wir werden es sehen dann fange ich einmal an ich nehme mir einfach das Teil und lege es hier her für heiße 2 so heiße 2 jetzt gehts los na ja auch noch vor allem du willst dann immer die teure also die super tollen Steine überbauen die da vielleicht zum Spielende hin viele Punkte bringen das ist vielleicht auch der Vorgänger etwas wegnimmt was du eigentlich brauchen kannst das ist Peter drei Punkte kriege ich bitte drei Punkte eins zwei drei milli ist schon bei 51 bumm sehr gut sechs Martin bei 56 wie habe ich mir das so gut gestellt eigentlich da verliere ich mehr sogar 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 die Pagoden sind komplett weg die haben mich schon fast in der ersten Runde komplett gehabt aber da kann ich es nicht hier bauen aber alles gut wie machen wir das jetzt dann nehme ich den da lege ihn hier drüber 1906 bin ich auf 55 jetzt wird es echt knief drei Punkte bitte Pagoden gibt es gar keine oder irgendetwas bauen kann was cool wäre 3 1 2 3 ich bin das ist natürlich praktisch dass das liegen bleibt dann haben wir drei und auf der dritten Ebene sind 9 sind somit 14 ah ja und das kommt da drauf ich habe 6 bitte du hast 6 bist du genau bist du genau auf 10 auf 60 mit einem Wort 2 2 2 points ich nehme den lege ihn 4 hier her habe 4 5 4 da haben wir es drauf gestellt ich nehme den und habe 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 also alles was da auslegt ist ja bitter ich nehme mir trotzdem den hm 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 4 1 2 3 4 vor allem ich lasse mir da voll eine Lücke in der Mitte 1 1 1 die Frage was nimmt der 2 muss ich den da drauf stehen hm was nimmt der hm 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 3 oder bis auf Ebene 2 2 2 dann nehme ich den 3 3 3 gut und wir kommen zur letzten runde martin ist das letzte mal startspieler so martin starte deine letzte runde 3 wahnsinn ok 4 punkte 1 2 3 4 ich hole mir das teil hier lege es hier drüber sind 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da ist eigentlich kein Fisch mehr da es ist kein Fisch mehr da dafür sind wieder Bagoden im Spiel schmarrn mein Plan wird so gar nicht aufgehen aber ok welchen hattest du denn anscheinend den falschen hm 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 das ist nicht gut das gefällt mir das ist kein einziger Fisch da nö so ich lege das hier her das ist meine zweite Ebene das heißt ich bekomme bitte 6 Punkte 6 Punkte Martin jetzt wirds recht spannend jetzt jetzt schepperts 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 wirklich das waren dritte Ebene zwar sind 6 1 2 3 4 5 6 dann nehme ich das da da hm Mama Wann will ich das überhaupt das ist eine gute Frage Fisch ist kein einziger und Wasser 'm jetzt wirds echt ис das nehme das ist das überhaupt das bietestet dann nehmen wir den streicher so weit die dritte ebene sind 3 1 2 3 und zwar hier jetzt wird es echt spannend dann nehme ich mir zwei nur zwei dann nehme ich mir das vierte ebene mit 3 ist 12 oder 1 2 ist 39 49 aber ich komme nicht auf die fünfte ebene du armes kleines ding du gut ich nehme mir das und das geht ja wirklich nicht das ist die dritte ebene das sind neun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jetzt wird es nämlich wirklich rappelt jetzt rappelt da kann ich mir herlegen da haben wir alles zugepflastert alles zugepflastert 2 2 so dann nehme ich mir das da ich kann nichts mehr die fünfte ewige zähne da dann nehme ich das da ich bekomme 1 2 da drauf das ist ein schöner schuhen mal 3 bitteschön mal 3 was mal 3 3 Punkte 1 2 3 mal 3 mal 3 mal 6 1 2 3 4 5 6 so jetzt wird es echt spannend sieht es aus mit spaß im wahrsten sinne des wortes was macht man den meisten Sinn was macht noch den meisten Sinn da kann ich nichts drüber denken das kann ich nicht nutzen entweder da 3 3 siegpunkte da 3 siegpunkte da 3 siegpunkte da ok da 3 siegpunkte da 3 siegpunkte hm das ist echt eine Frage das ist das was machen wir das da ist das ist das ist 1 2 3 siegpunkte hm Ja, mir bleibt eine Fülle. Ich habe nicht mehr viel Chancen zu nehmen. Naja, du hast die anzuteilen. Naja, anzuteilen, aber dass ich jetzt noch Punkte mache. Also das meinst du? Ich komme jetzt nichts mehr dazu. Zum Beispiel in Dreier kann ich nicht mehr verwenden. Kannst du in Dreier noch verwenden, du kannst nicht mehr verwenden. Ohja. Nein. Also auch nicht mehr. Nein. Das heißt auch bei der Mille ist jetzt die Frage, was sie von dem einbaut. Ich kann nur meinen Starr und das Grüne nehmen. Die Frage ist aber, was nimmst du? Nein, die Mille ist da. Jaja. Nein, Martin ist da. Nein, Sascha war gerade da. Dann kommst du. Entschuldigung. 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 Ich frage was für sie natürlich noch am meisten Sinn macht. Genau. Perfekt. Es sind zwei Siegpunkte. Du bist. Genau. Es sind ebenfalls zwei Siegpunkte. Du bist dran. Du kannst. Nein, du bist dran. Ich bin dran. Ich verzichte aber drauf, weil ich werde nicht den An durch das ersetzen. Ich verzichte auch. Wo müssen wir das nicht? Nein. Ich kann passen. Kann man passen, kann man auch? Ja. Ich verzichte auch. Das heißt, ich habe gepasst. Mille hat gepasst. Passt. Passt. Genau. Es sind noch zwei Punkte. Es sind noch zwei Punkte. So. Und jetzt sind wir durch. Eins, zwei. Genau. Jetzt sind wir durch. Das hat keiner nicht mehr können. Es hat auch keiner von uns die fünfte Ebene irgendwo erreicht. Gut. Und jetzt gehen wir es einfach durch. Wir gehen von oben nach unten. Jeder zählt einmal bei diesen Ahornbäumen, wie viele Ahornbäume er bei sich drauf hat. Das heißt, du bist damit definitiv der Sieger. Du hast wie viele? Zwei, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wieso neun? Na, immer nur abladen. Nein, nein. Alle werden zusammengezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich habe neun. Du hast neun. Also du bist der Gewinner. Du kriegst 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das heißt, die erste Reihe haben abgehandelt. Du bekommst sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du bekommst die Baune. Nächste. Pagoden. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, sechs, acht. Das war wieder du. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Marti bekommt eins, zwei und zwölf. Das heißt, 18. Du bist Zweiter. Du bekommst sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fische habe ich drei, sechs, zehn. Drei, sechs, acht, neun. Da wird ja wenigstens. Da wird nur drei. Dann bekomme ich neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und ich vier. Eins, zwei, drei, vier. Nächstes. Die Büsche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, sechs, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich habe zwei, vier, sechs, acht, neun. Wir teilen uns den Zweiten. Das heißt, zwei Punkte für jeden. Und mein Schatz bekommt acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wische. Zwei, vier und drei macht sieben. Acht. Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut. Martin bekommt sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du bekommst drei, glaube ich. Steine habe ich neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das heißt, du bekommst noch einmal sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich bekomme noch einmal drei. Eins, zwei, drei. Und das war das Ende des ganzen Spiels. Wow. Herzlichen Glückwun. Gratulation. Sehr gut. Sehr gut gebaut. Wahnsinn. Und schaut auch am schönsten aus. Das finde ich nicht, weil ich habe die Rosenblöden und ich finde die schon sehr, sehr schön. Ja. Vor allem, ich finde es interessant. Du bist auch ein Mädchen, dann kriegst die Rosenblöden. Ja, deswegen habe ich mir auch die Rosenblöden. Vor allem, ich finde es ja geil, dass die Koi irgendwo auf einer Ebene schwimmen. Ja. Ja. Es ist ein Tauchbecken. Es ist ein Tauchbecken. Es ist ein Tauchbecken. Ja, genau. Mit einem Taucher an der Seite ist das klar. So. Fazit. Was hältst du davon? Sehr schön. Es ist natürlich das erste Mal, dass wir jetzt gespielt haben. Aber ich finde es sehr interessant. Es ist sehr wohl ein Strategiespiel. Ja. Aber sehr eingenehm, oder? Ja. Sehr einfach. Aber man muss halt im Vorhinein, muss man schon sehr viel planen und denken. Aber dafür, dass wir das noch nicht gekannt haben und noch nicht gespielt haben, finde ich habe es sehr gut abgeschnitten. Das stimmt, das stimmt. Martin, du als Gewinner mit dem schönsten Japanischen Garten. Ja, es ist sehr interessant. Vor allem muss man auch achten, wie viele Steine man irgendwo hinlegt, dass man zum Ende auch noch Punkte bekommt. Das ist auch entscheidend. Ich meine, wie gesagt, es dürfte scheinbar wirklich möglich sein, die 250 vielleicht zu erreichen, wenn man es eben, weil wir haben es nicht einmal geschafft, auf die Ebene 5 zu kommen, wo es natürlich wirklich fette Punkte gibt und dann auch zusätzlich die dazu. Aber die Zusatzpunkte eben reinlegen ist auch, glaube ich, so wie mit der Robenstreiche ist das auch ziemlich wichtig. Ja. Und dass man halt in jeder Reihe wirklich so viel wie möglich liegen hat für die Endpunkte. Bis auf eine oder bis auf zwei. Eine habe ich gewonnen, eine hast du gewonnen und den Rest hast alles gewonnen. Du hast schon mal recht fette Punkte da. Ja. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen artmäßig vom Spiel hier bei Uwe Rosenberg mit Tetris-Steinen einbauen, aber diesmal von Michael Kiesling. ein schönes Spiel, so wie du dir gesagt hast, ein Strategiespiel oder du sagst mit dem richtigen Einbauen. Ich habe mir immer wieder leider Gottes auch ein paar Löcher drinnen gelassen, wo ich erst wieder unten auffangen habe müssen, um aufzubauen. Ich finde es aber vom Material her wunderschön. Das einzige wäre vielleicht, dass die Spielpläne nicht so festeres Material werden. Nein, das ist jetzt kein Kritikpunkt. Ich sage nur. Aber es wäre von der Qualität schöner. Ein dicker Karton. Genau. Weil ich finde halt die Dicke der Marker, finde ich hervorragend. Die habe ich schon viel, viel schlechter gezeigt bei solchen Spielen. Ja. Sonst bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja. Außer, dass es sehr empfehlenswert ist. Habt ihr gehört? Von der Milly. Sehr empfehlenswert. Das war einmal unser Versprechen auch von dem, was neu im Regal ist. Let's playen. Diesmal mit Unterstützung von Martin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was wissen wollt, mehr dazu. Es gibt ja noch das Erweiterungsmodul, wo wir noch Karten dazu bekommen, wo wir in unseren Gärten gewisse Voraussetzungen schaffen müssen, um noch mehr Siegpunkte abzugreifen. Dann hoffen wir, wir sehen uns in einem der weiteren Video wieder. Das waren Milly und ich vom Spieletreff plus Martin als Unterstützung. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis dorthin. Fiat euch!